Drei Jahre Dienst und mein Lohn wird nur um eine halbe Stufe erhöht. Das ist ja tragisch. Okay. Unten oder oben? Fangen wir mal oben an. Okay, da ist zu. Jetzt wird es aber langsam teuer mit den Multitools. Uh-huh. Uh-huh. Oha! Ich melde mich, wenn ich einen Piloten brauche. Ich mag es nicht, wenn man mir nachspioniert. Kein Interesse, tut mir leid. Na gut, ich melde mich. Ich melde mich, wenn ich einen Piloten brauche. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Ich melde mich, wenn ich einen Piloten brauche. Okay. Dann müssen wir hier wahrscheinlich hin, wenn wir irgendwie weg wollen oder so. Man weiß es nicht. Das könnte der Tracer Tong fast schon sein, ne? Stadtplan Trier. Haben wir schon. Vishnu's Untergang, eine kurze Geschichte der indischen Krise. Nach den Bombenanschlägen richtete die indische Regierung mehrere ernste Warnungen an Pakistan, die jedoch zurückgewiesen wurden. Pakistan wies jede Beteiligung von sich und drohte jeden Versuch, die Anschläge als Vorwand für militärische Aktionen zu nehmen, mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Aus heutiger Sicht war dies eine entscheidende Phase. Allerdings hat in Indien und Pakistan dieses Spiel mit dem Feuer zu forschen häufig gespielt. Es ist bei aller Tragik also durchaus verständlich, dass beide Seiten die deutlichen Zeichen der bevorstehenden Katastrophe ignorierten. Es war, als würden sich zwei Kinder im Sandkasten gegenseitig provozieren, beschrieb der Historiker Alistair Brooks die Situation. Niemand hat erwartet, dass die Situation eskalieren würde. Mit dem Beginn der Verhandlungen gegen die 16 von Kalkutta in Pakistan wurde jedoch eine Spirale der Gewalt ausgelöst, die schließlich in einer atomaren Auseinandersetzung gipfelt da. Alex D, jetzt sind Sie alle da. Ich schätze, Sie sind wie die anderen hinter meinem Labor und dem Zugang zu J.C. Denton her. Sie sind Tracer Tong. Wie ich sehe, hat Dr. Nassif nicht untertrieben, was Ihre geistigen Fähigkeiten betrifft. Ja, ich bin Tong. Ich nehme an, Sie wollen einige antworten. Sicher haben Sie schon erraten, dass Ihr richtiger Name Alex Denton ist. Dr. Nassif hat mir alles erzählt. Ich bin ein Klon von J.C. Denton. Ja, mit einigen postnatalen Rekombinationen. Aber inzwischen arbeiten wir nicht mehr mit Klonen. Dieser Zugang, bringt er mich zu J.C. Denton? Ja. J.C. hat unter den Ruinen der Porta Nigra ein Portal zu seiner geheimen Basis in der Antarktis gebaut. Nur ein Nachkomme des Denton-Genoms kann es passieren. Die Basis ist allerdings bereits in der Hand der Templer. Sind die Templer durch das Portal? Das ist doch unmöglich. Können Sie doch nicht, hat er doch gerade gesagt. Es sei denn, die Templer hätten einen von euch auf J.C. angesetzt. Dann natürlich schon. Genau. Sie haben mindestens einen Spion bei uns eingeschleust. Und der hat in Chicago damit angefangen, unsere Organisation zu zerstören. Na gut, Spion würde... Wissen Sie noch etwas über diesen Spion? Nicht reichen, müsste ja ein Sturm sein. Wie er auch ist. Er war auch an der Entführung Ihrer Heiligkeit bei dem Treffen mit der Panzerwerkgewerkschaft beteiligt. Die Templer halten Sie im Labor unter der Porta Nigra gefangen. Ich gebe Ihnen den Code zu einem geheimen Eingang im zweiten Stock des Ostturms. 2, 5, 2, 1. Die Code-Tafel ist hinter einigen Kisten versteckt. Und wenn ich nun auch ein Templer wäre? Dann wäre die Apostelgemeinschaft am Ende. Befreien Sie Ihre Heiligkeit. Retten Sie den Gipfel, damit Sie die WTO und der Orden im Kampf gegen die Templer unterstützen. Die sind auf Ihre Hilfe angewiesen. Ich verstehe. Ich weiß aber nicht, ob Sie meine Hilfe verdient haben. Das könnte Ihnen einen kleinen Vorteil verschaffen. Eine Bio-Infusion. Das ist alles, was ich aus meinem Labor retten konnte. Ja, super. Jetzt habe ich einen Haufen Modifikationen, aber die brauche ich gar nicht. Sie müssen sich bald für eine Seite entscheiden, Alex. Momentan sind die Seiten alle noch ein bisschen komisch. Außer vielleicht JC. Ich weiß aber nicht, auf wessen Seite der so steht. Was steht da? Nichts, was man mehr wie lesen kann. Multitool. Ah, shit. Geld klauen geht immer. Panzerwerk-Katalog Groß-Bots, das kennen wir auch schon. Zigaretten brauchen wir nicht. Nee, die Kitten brauchen wir eigentlich auch nicht. Wer labert mir immer von Ordenskriegern? Detektiv Dirk Murchison, die Jet-City-Morde. Schon als sie mein Büro betrat, wusste ich, dass es Schwierigkeiten geben würde. Sie war eine dieser Frauen, die Lois Hedl normalerweise nur in Begleitung scharfer Jagdhunde betraten hat. Hatten wir das schon? Weiß ich gar nicht. Und doch stand sie an diesem Abend vor meiner Tür, durch Nest vom Reha. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Ist das irgendein Host hier bei der WTO, erklärte sie. Ja, ja, das hatten wir schon. Tommy, der sprechende Griesel von Stuart Deer. Tommy war ein Griesel. Er sah furchterregend aus und hörte sich schrecklich an, aber er war nicht wie die anderen Griesel. Er war nett und er konnte sprechen. Er hatte schreckliche Angst vor Blutfleck, dem großen roten Griesel, der seinen Rudel anführte. Blutfleck wollte alles und jeden verletzen. Menschen, Katzen, Ratten, Tauben. Tommy mochte die Menschen und Tiere, aber er war nicht stark genug, dem Treiben seiner Brüder ein Ende zu setzen. Als Blutfleck, der selbst nicht sprechen konnte, von Tommys Gabe erfuhr, wurde er sehr zornig. Immer und immer wieder spuckte er Tommy an. Tommy hatte Glück, dass er mit dem Leben davon kam. Schließlich begegnete Tommy dem kleinen Timmy. Der Junge war in den Rollstuhl gefesselt und konnte weder sprechen noch laufen. Anfangs hatte Timmy große Angst vor Tommy. Da hätte man die Namen ein bisschen unterschiedlicher machen können. Der aber sagte, hab keine Angst. Ich bin kein Monster. Ich bin ein Transgeniker. Ich werde bei dir bleiben und für dich sprechen. Ich bin dazu geschaffen, dir zu dienen. Wir können Freunde sein. Timmys Mutter gefiel die Idee zuerst gar nicht. Als sie aber bemerkte, dass Tommy sprechen konnte, fing sie an, schallend zu lachen. Siehst du, nicht alle Transgengeschöpfe sind böse. Wenn wir ihnen eine Chance geben, werden sie vielleicht unsere Freunde. Das ist ja so Pro-Transgenik-Propaganda. Dein Freund der Kaffee, das hatten wir glaube ich auch schon. Ja. Ähm. Keine Ahnung, wessen Büro das hier ist, aber... Da ist Tom. Hör ich nicht vor. Ein Mitglied des Ordens, Konferenzteilnehmer. Sicher nicht. Ich lebe hier in Trier. Die Suchenden hier interessiert dieser Gipfel nicht besonders. Warum nicht? Wir haben Luminons Samans Ruf vernommen, zur Schrift zurückzukehren. Hier lesen wir die Schrift, die ursprünglichen Worte ihrer Heiligkeit. Nicht, was sie heute oder morgen oder in zwei Wochen vor den Kameras sagt. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied? Das ist genau die Einstellung, die der Tyrannei in einem freien Staat Tür und Tor öffnet, wenn man sich nur an die letzte Talkshow erinnert. Was nützt eine freie Presse, wenn die Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist? Ich war nur neugierig wegen des Gipfels. Tut mir leid. Ihre Heiligkeit und Präsident Dumier machen einen Deal. Er mag Geld und Macht bringen, aber er bringt keine Ruhe in das Leben der normalen Leute. Hm, na gut. Sit Black. Sit Black. Was machen Sie denn in Trier? Das ist eine lange Geschichte. Ich dachte, ich könnte nach dem Gipfel ein bisschen Geld verdienen. Wie sieht's aus? Ich hätte nichts dagegen, hin und wieder ein paar Flüge einzulegen. Für ein Starkbier. Wie viel? Wird schon billiger, ja. Für alle Flüge in den nächsten 24 Stunden zahlen Sie nur 50% über dem üblichen Tarif. Billiger kriegen Sie's nirgends. Doch, bei Eva. Die fliegt nämlich kostenlos. Ich sag Ihnen Bescheid. Damit meine ich, nein. Ach, da haben wir die Angie wieder. Ich habe wohl schlechten Atem. Das ist nur ne Jukebox. Und Sie haben sicher abgesperrt? Nur Gewehre wird schon seit drei Generationen von uns betrieben. Ich habe schon als kleiner Junge immer abgesperrt. Okay, dann kriegen wir keine Aufträge da von ihr. Hier bin ich reingekommen. Dann haben wir alles gesehen. Code oder zwei Multitools. Offensichtlich habe ich den Code nicht. Na gut, dann lassen wir das aber mal. Ich muss jetzt nicht völlig sinnlos meine... ...Multitools vergeuden. Ich weiß nicht, ob ich wirklich auf deiner Seite bin. Schäfchen. Gut, Geldautomad hacken brauche ich jetzt nicht unbedingt. Geld ist nicht mein Problem. Mit all der Ausrüstung, die Sie zur Erhaltung der Natur zerstört oder gestohlen haben, verstehe ich nicht, warum die WTO mit diesen Bastarden überhaupt verhandelt. In anderen Städten ist der Orden nicht so aggressiv. Dieser Saman ist zu extrem. Wir mussten etwas unternehmen. Der Gipfel ist sinnlos. Wir müssen Sie einfach aus Trier vertreiben. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber ich bin es leid, für Ihre Verbrechen zu bezahlen. Jede Aktion spiegelt sich auf meinem Gehaltscheck wieder. Diese Ordensbastarde sollten den Mund halten und sich einen Job suchen. Ja, die sind nicht so schlimm wie die Templer, aber so ganz... Naja, so sonderlich sympathisch sind sie auch nicht. Also ich weiß nicht, ob man denen unbedingt trauen sollte. Insbesondere, weil sie mich auch noch losschicken, um irgendwelche Attentaten zu führen. Die Arbeiter haben den Aufstand angezettelt. Kaffee, das kennen wir auch schon. Die Arbeiter? Ich kann Ihnen sagen, was mit Ihrer Klage passiert ist. Wer sind Sie? Ein PR-Manager, der mir die Sache ausreden will? Ich werde nicht aufgeben. Was für eine Klage? Piquotz macht gegenüber von meinem Café auf einem öffentlichen Terminal Werbung. Und dabei haben Sie in Trier noch nicht mal eine Zweigstelle. Ist das verboten? Wenn das beworbene Produkt gar nicht existiert, schon, oder? Ich wüsste zu gern, warum die Behörden nichts unternehmen. Piquotz und Quiquex gehören denselben Leuten. Es ist eine Firma. Der Beweis dafür liegt in der Asservatenkammer der SSC. Ich verstehe nicht. Sie verklagen Ihre eigene Firma und die Geschäftsführung will nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Sie meinen, das alles hier, mein Laden, die Konkurrenz zu Piquotz, alles nur Show? Naja, es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Firma mehrere Marken eines Produktes hat. Unglaublich. Sie haben Millionen, 100 Millionen Menschen betrogen. Das können wir denen nicht durchgehen lassen. Danke. Wenigstens spare ich mir jetzt teure Anwälte. Ich hoffe, Sie nehmen eine kleine Prämie an. Wenden Sie sich doch an die Presse. Zwingen Sie die Konzernleitung, alles zuzugeben. Ich weiß nicht, da wird er wahrscheinlich nur irgendwo im Straßengraben mit einer Kugel im Kopf landen, aber... Lehnen Sie sich nicht zu weit aus dem Fenster. Das sind mächtige Leute. Ich glaube, das ist besser für deine Gesundheit, Kollege. Lehnen Sie sich nicht zu weit aus dem Fenster. Das sind mächtige Leute. Nein, nein. Wie kann ich wissentlich für ein illegales Monopol arbeiten? Wenn der Konzern eine WTO-Lizenz hat, ist vermutlich alles legal. Also, arbeite ich einfach weiter als... Oder die Video ist korrupt. Sie sind nur ein Mann. Es ist unklug, einen Krieg zu beginnen, ohne seine Feinde zu kennen. Das ist richtig. Liebesaffäre mit der Bohne. Das kennen wir auch schon. Da gab es mehr Vielfalt in Teil 1, was den Text angeht. Jetzt haben wir eine Ausgangssperre, nur weil diese verdammten Baumfreunde die Botfabrik nicht in Ruhe lassen. Ich habe gehört, dass der Gipfel vertagt wird. KI und Bewusstsein. Wissenschaftler arbeiten bis heute an der Entwicklung von Maschinen mit echter Empfindungsfähigkeit. Bisher allerdings ohne Erfolg. Die Entwicklung derartiger Geräte, die Kompatibilität zum menschlichen Körper vorausgesetzt, wäre gleichbedeutend mit einer nie dagewesenen Bewusstseinserweiterung. Hi, ich bin Angie Resonance. Willkommen, Alex D. Hey, Sie haben Neukairo verlassen, ohne sich meinen Auftritt anzusehen. Tut mir leid. Ich musste dringend nach Trier. Machen Sie das nicht nochmal. Das ist wirklich nicht nett. Okay. Sie sind sicher wegen des Gipfels hier. Also ich arbeite weder für den Ort noch die WTO. Also ich würde... Ne, in gewisser Weise. In gewisser Weise? Warum so schüchtern? Reden Sie nicht gern über Politik? Es gibt Dinge, über die ich besser nicht reden sollte. Was sollten wir mal wiederholen? Sie gehören doch sicher zu einem privaten Sicherheitsdienst, oder? Nicht so wirklich. Nicht direkt. Wer will das wissen? David Kurzak. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Ist das Ihre Masche? Kommen wir doch einfach zur Sache. Ich bin ein Repräsentant der Omar. Schwarzmarkt, Sie wissen schon. Soll ich ein Treffen arrangieren? Ich wusste nicht, dass die Omar auch nicht Cyborgs beschäftigen. Eigentlich bin ich nur ein Lieferant. Aber während des Gipfels brauchen Sie einen Repräsentanten, der weniger Aufmerksamkeit erregt. Gehen Sie zum blutenden Raben. Das ist das Kuriositätengeschäft über der Neuen-Welten-Taverne. Ich sage den Omar, dass ein Kunde kommt. Über der Taverne? Sie sind also Mr. Kurzak. Ich habe Ihren Partner Mr. O'Rourke in Seattle getroffen. Ex-Partner, bitte. Wir haben Waffen verschoben, aber dann haben wir die Omar ein besseres Angebot gemacht. Ich habe gehört, dass er gestorben ist. Haben die Omar für jemanden keine Verwendung, wird er eliminiert. O'Rourke wollte ein Stück vom Kuchen abhaben. Vielleicht habe ich ihn ja sogar auf die Idee gebracht. Man ist im Team oder nicht. Verstehen Sie? Klar. Die Omar kamen vor einigen Monaten nach Trier. Ich wusste, dass ich mich entweder anpassen oder die Stadt verlassen musste. Wenn die Omar einen bestimmten Markt ins Auge fassen, lassen sie einem keine große Wahl. Ja, irgendwie koscher die gesagt hat. Ich bin Geschäftsmann. Ich weiß, wie man Entscheidungen trifft. Na gut. Ich will nicht so viele Multitools verdeuten. Für potenziell... Was soll Starkbier sein? Lächerlich. Sinnlose... Eigentlich habe ich keinen Grund hier im Quikok Hinterzimmer irgendwas aufzubrechen. Ich hätte Ihnen auch einen Schlüssel für das Hoftor geben können. Aber wenn Sie sich lieber durch ein Grizzelnest kämpfen möchten, bitte. Okay. Wieso überwacht er mich so? Oh. Botanica Ruinen. Also wenn ich mir einen Schlüssel geben kann, dann kann ich natürlich auch einen Schlüssel nehmen. Wenn ich jetzt hier schon wieder irgendwelche Dämpfer, die mich schädigen... ...habe, dann muss das ja vielleicht auch nicht sein. Meine Güte, was für ein verwinkelter Albtraum. Ach, das ist hier wieder der Hauptding. Ah, da umgeht es zum Helipad. Über der Taverne sind die Oma, hat er gesagt. Das heißt, es müsste ja irgendwie... ...vom Helipad aus sein. Das ist über der Taverne. Hm. Oh, warte, ist das die Tür in der Taverne, die ich fast aufgebrochen hätte? Das neun Welten... Sie wollen, dass ich... Nein, Sie müssen... Ja, 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 ja. Nur zu. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Kommen Sie rein. Da müsste ich ja jetzt den Code haben. Genau. Alter, wie sieht es hier aus? Es sind schon drei und Grunzen tun es auch wie die ganz Großen. Das Sammeln antiker Kälte. Kenner mit einem geschulten Auge finden bei Garagenverkäufen und auf Flohmärkten nicht selten wahre Kostbarkeiten. Sind Sie auf ein Objekt aufmerksam geworden, betrachten Sie es sehr genau. Achten Sie vor allem auf die Qualität und die künstlerische Gestaltung. Informieren Sie sich über Meistermarken und typische Gestaltungsmerkmale, siehe Anhang. Damit Sie echte Kunstwerke von gut gemachten Kopien unterscheiden können, treffen Sie Ihre Auswahl mit Bedacht und schauen Sie bares für rares. Bobblehead-Figuren aus Ohio, Pflege und Reinigung. Als Sammler möchten Sie natürlich alle Exponate Ihrer Sammlung in perfektem Zustand erhalten. Dazu bedarf es neben der regelmäßigen, sorgfältigen Reinigung einer sicheren Lagerung, abseits von Staub und starken Erschütterungen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Überdehnen Sie bei der Reinigung nicht die Feder, um die Funktionalität der Figuren nicht zu beeinträchtigen. Die werfen sogar richtige Schatten an die Wand, wenn die Lampe flackert. Gehört euch das? Bringt er mich um, wenn ich das anfasse, oder kann ich das einfach nehmen? Energiezelle brauche ich nicht, Umgebungsmine will ich nicht. Das wurde brauche ich nicht, Bolzending brauche ich nicht. Die Diagnose bestanden. Positionsvorrat voll. Jacobs Schatten von Andrew Hammond, Kapitel 12 Viele sagen, dass diese Stadt aussieht wie die Hölle, sagte Ellie. Sie nahmen einen langen Zug von ihrer Zigarette. Die glimmende Spitze brannte ein Loch in die Dunkelheit. Die meisten Leute waren noch nie in der Hölle, sagte Jacob. Sie sahen an. Er konnte das Lächeln in ihrer Stimme hören. Aber du schon, was? Jacob sagte nichts, stand auf und ging zum Bett. Ellie seufzte leise und sank in die Kissen zurück, als wollte sie sich daran eingraben. Er beugte sich zu ihrem Ohr hinunter. Du spielst gerne Spielchen, flüsterte er. Das ist okay, aber du solltest nicht mit mir spielen. Ich bin nämlich der einzige ehrliche Mann in der Stadt. Das solltest du wissen. Immerhin hast du mich geheiratet. Naja. Tagebuch, Samstag, 30. August. Einst war meine Familie stolz und mächtig, aber seit dem Kollaps und der Machtergreifung der verdammten WTO ist das vorbei. Mein Vater, Eldrin Braden, hat gegen sie gekämpft. Für die Vielfalt und die Freiheit. Aber er hat verloren. Das muss ich akzeptieren. Er war nicht stark genug. Nun aber sind meine Brüder, Vettern und ich alt genug, den Kampf fortzusetzen. Unsere Familie ist am Ende, aber wir werden im Untergrund erstarken. Fahlen, der die Welt nur durch sein Zielfernrohr sieht, hat im letzten Jahr schon einige ihrer Offiziere erledigt. Schiez spioniert ihre Verwalter aus und sammelt wichtige Daten. Lier führt Tagebuch über unsere, wie unsere Unterdrücker sagen würden, subversiven Aktivitäten. Achso. Nur Kaleb hat leider mit der Familie gebrochen und arbeitet jetzt für die WTO. Meine Wut über diesen Verrat brennt wie Phosphor. Ich werde dafür sorgen, dass mein Bruder hingerichtet wird. So wahr mir Gott helfe. Wir werden eine Widerstandsbewegung aufbauen und diese Bastarde vernichten. Und mit ihnen ihre sogenannten Gesetze des ökonomischen Wachstums. Senjun Brayden. Ja, also die WTO und so, das ist schon alles, widerspricht so ein bisschen auch dem, was JC Denton am Ende, oder was mein JC Denton am Ende entschieden hat. Deswegen macht das eigentlich wenig Sinn, wenn jetzt JC hier mit der WTO irgendwie zusammenarbeiten würde. Die Dentons, Mythen und Ge- Ach, das kennen wir schon. Okay, ähm. Sonst haben wir ja nix. Na gut, Leute. Wie sieht's denn aus? Ah, ja. Offenbar hat Körsek einen neuen Kunden gefunden. Ja, er hat mir gesagt, wo ich sie finden kann. Die Omar danken Ihnen für die Hilfe in Kairo. Sie haben den Überfall der Templer verhindert. Ich hab getan, was ich tun musste. Sie werden unsere Waren zu schätzen wissen und sind ein willkommener Kunde, da sie uns in der Vergangenheit geholfen haben. Was verkaufen Sie denn? Ich habe einen illegalen Modifikationseinsatz mit erweiterten Piesocamp-Funktionen. Sollten Sie diesen kaufen, bringen wir sie direkt zur Abwurfstelle. Oder haben Sie Verwendung für drei Störgranaten. Ihr elektromagnetischer Impuls ist in der Lage, Bots vorübergehend umzuprogrammieren. Außerdem hätte ich fünf Multitools. Sie brauchen sie, um Codetafeln, Kameras oder elektronische Schlösser zu manipulieren. Da Sie ein Vorzugskunde sind, berechne ich Ihnen natürlich nur 50% des Preises. Also die Multitools auf jeden Fall. Ich nehme die Multitools. Ein guter Handel. Möchten Sie etwas kaufen? Ja gut, die Modifikationsansätze brauche ich eigentlich nicht, aber andererseits... Der Schwarzmarkt-Biomod hört sich gut an. Den nehme ich. Sie finden die Ware in den Ruinen der Porta Nigra. Westturm. Oberstes Stockwerk. In einer nicht markierten silbernen Truhe. Verstanden. Ein guter Handel. Jetzt muss ich den Scheiß auch noch selber holen. Aus einem abgesperrten Bereich. Was seid denn ihr für Scheißhändler? Unfassbar. Gibt es was Neues? Und wieder ist es Zeit für den Tor. Komm. Nope. Okay. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Präsidenten. Dann kriegen wir vielleicht einen richtigen Schlüssel für das Porta Nigra. Wir müssen da nicht durch die verseuchten Keller laufen. Ja, ja, macht ihr da aber auch eher Ding, das betrifft mich nicht. Äh, da haben wir das Hauptquartier. Die Vera, was zu sagen. Mr. Dumier bleibt aus Sicherheitsgründen in der geschützten Abteilung. Also nicht... Evidence. Ich habe mit Tracer Tong gesprochen. Er meint, dass ihre Heiligkeit von den Templern festgehalten wird. Interessant. Ist er sich absolut sicher? Wir haben Aktivitäten der Templer im Norden der Stadt beobachtet. Das Labor der Apostelgemeinschaft ist unter der Porta Nigra. Dort wird sie festgehalten. Freut mich, dass Sie bereit sind, Tongs Vertrauen zu missbrauchen. Er sagte, ich soll Sie um Hilfe bitten. Vielleicht haben wir jetzt alle einen gemeinsamen Feind. Unwahrscheinlich. Tong hat immer hinter Gedanken. Zumindest was mich betrifft. Wagen Sie meinetwegen eine Rettungsaktion, aber halten Sie sich von diesem alten Narren fern. Er will Sie in die kriminelle Unterwelt locken. Danke für den Tipp. Hier ist der Schlüssel für das Tor im Hof. Wie gesagt, die Anlage ist im Norden der Stadt. Wenn Ihrer Heiligkeit irgendetwas zustößt, weiß ich nicht, was aus der Kirche der Ordnung wird. Ich weiß nicht, wieso jetzt Theresa Tongs Vertrauen missbraucht hat. Die Kirche hat zwar ihre Fehler, aber sie hat wenigstens Stabilität in große Teile der Welt gebracht. Das macht es aber nicht besser. Ich war es, der sie zu diesem Gipfel überredet hat. Also bin auch ich für alles verantwortlich. Sie sollten dieser Frau nichts antun. Merken Sie sich meine Worte. Ist das eine Drohung oder was? Die Kirche hat zwar ihre Fehler, aber sie hat wenigstens Stabilität. Stabilität ist aber auch nicht alles, ne? Deswegen haben sie wahrscheinlich den Techniker da eingeknastet, weil die hier Apostelspinner umlegen auf der Straße. Na gut. Also nicht Apostelspinner, weil es ja keine von der Apostelgemeinschaft sind, sondern halt diese Ordensspinner. Siehst du nur direkt die Waffe, wenn ich hier ankomme. Unfassbar. Warten Sie. Hier turnt irgendwo ein Kampfbot der Templer herum. Sie sollten diesen Sektor meiden. Ich kann auf mich aufpassen. Aber warum beseitigt die SSC ihn nicht einfach? Keine Zeit. Die meisten unserer Leute sind im Hauptquartier und kümmern sich um den Gipfel. Also, wollen Sie dieses Gebiet einfach abriegeln? Wir haben schon Verstärkung und ein paar Bots angefordert. Auf so etwas waren wir nicht vorbereitet. Zumal wir alle Einheiten am Hauptquartier zusammengezogen haben. Aber falls Sie den Kampfbot selbst erledigen wollen, nur zu, ich habe nichts dagegen. Ja klar. Macht man doch. Und das. Dann nehmen wir mal die EMP-Granaten. Ich könnte natürlich jetzt auch hier diesen Elektroschuss-Ding ums nehmen, aber... Scheiße. Oh nein. Ärger. Endlich passiert was. Au. Oh. Gegen mich hast du keine Sch... Ich bin am Ende. Gegen mich habe ich keine Chance. Wieso bist du eigentlich hier reingerannt? Ich habe doch alles im Griff. Wurde ich mir drei Leichen? Oh, der ist es sieben Kosten. Spinnenbombe. Kann mir gestohlen bleiben. Ich mache direkt wieder ein bisschen Heilung. Dann können wir ein bisschen Mentale herkriegen. Spinnenbombe. Ups. Nicht besoffen. Anscheinend schon. Okay. Da würden wir wahrscheinlich rauskommen, wenn wir hier durch das Loch gelaufen wären. Da durch die Keller-Dingsbums. Bei den Drieseln. Die P-Granat ist immer gut. Das haben wir hier noch. Da haben wir einen Hintereingang. Da haben wir einen Vordereingang. Da haben wir einen Seiteneingang. Ne, das ist kein Spiel. Du hast ja keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Das war aber auch nicht, ja? Ne, ich bin nicht abgehauen. Jemand da? Das ist der einzige hier. Scheint nicht. Wer ist da? Scheint nicht. Templer kann man gar nicht genug umlegen. Wer sagt das, als würde er mich sehen. Zeig dich. Oh, ne richtige Granate. Kriegt er sogar mal was. Daboreingang benutzen. Daboreingang benutzen. Geht's da noch. Geht's da noch wieder hin? Geht's da noch wieder hin? Geht's erstmal hier nach oben. Geht's da auch. Hab's da auch mal. Ne, das ist ja nicht so klappert. Ach so. Das ist ja schon. Ne, das ist ja hier. Soweit, so gut. Das ist die ominöse weiße Kiste der Omar. Das ist nicht das Omar-Ding, da ich nicht mehr Multi-Tools bekomme. Ah shit, da komme ich gar nicht wieder zurück. Okay, dann müssen wir noch mal schauen, wo diese Leiter nach unten hinführt. Aber dann können wir die aufmachen, damit die Einblendung da oben weg ist. Ist der zu fett oder wat? Analysegefahr identifiziert, Alarm. Ist doch eh keiner mehr am Leben, der mich aufhalten könnte. Okay, das wäre der Seiteneingang hier gewesen. Oder ist das der Vordereingang? Ja, okay. Tja, keine Ahnung, ob es hier noch einen anderen Turm gibt, wo man draußen irgendwie hin kann oder so. Aber dann gehen wir erst mal ins Labor. Denk jetzt hin, habe ich mehr als genug? Was war das? War nichts. Ich werde mal nachsehen. Alles cool. Dein Geschütz, das gefällt mir nicht. Schon wieder tote Wissenschaftler oben. Munition da, oder? Ja. Das Morgen war gestern, die Geschichte von Versa-Life. Kapitel 12, die Greys. Die mysteriösen Greys sind bis heute weitgehend unerforscht. Sie gelten als intelligent und weniger aggressiv als andere Transgeniker. Einige Forscher vermuten, dass die Greys ursprünglich als Einsatztruppen für extreme Außenbedingungen konflikiert wurden. Also keine Aliens. Nur genmanipulierte Dingsens. Porter Nigra Teleporter. Nach einigen Schwierigkeiten war es mir endlich möglich, die Maschine zu fotografieren. Angeblich handelt es sich bei dem Gerät um eine Art Teleporter zu Jay's Identens Aufenthaltsort. Ich hoffe, dass unsere Wissenschaftler das Foto auswerten können, damit wir diese Technologie nach der Besetzung des Gebäudes benutzen oder deaktivieren können. Geschützt aus. Jetzt geht er halt runter. Ich könnte mich auch mal wieder ein bisschen heilen. Weil ich jetzt eigentlich genug Leichen produziere, könnte ich mich eigentlich auch über die Energie heilen, aber... Immer gern genommen. Geld wird auch immer gern genommen. Nahrung brauche ich eigentlich nicht. Jetzt ist es schon wieder voll. Wirachen. Wir kommen zum Baune. Tromm es. Containment. Tafel. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich hier überhaupt irgendwo hin muss. Ist hier irgendwas im Labor? Okay, einfach die Dings finden, okay, die irgendwo im Labor sein sollen. Ha? Hallo? Auf den Lasersperren haben die überall. Was denkst du wird das hier? Eine Hinrichtung im Idealfall. Paladine! Oh! 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 Tracer-Tonks Büro. Oh! Oh! Könnte ja ganz interessant sein. Ach, ey. Ja, ein Haufen Biomods, die ich alle nicht brauche. Memo an das Personal der Porta Nigra. Hier sind die neuen Zugangsdaten für die Kontrollsysteme der Porta Nigra. Tut mir leid, dass wir die kurzständig ändern, aber die Sicherheit geht nun mal vor. Wir dürfen diesen Konflikt zwischen dem Orden und den Panzerwerken nicht unterschätzen. Trier ist nicht mehr so sicher, wie es einmal war. Das ist gut möglich. Klima der Antarktis. Das antarktische Klima ist nur für nicht angepasste Wesen lebensfeindlich. Der beste Beleg für diese These ist der Pinguin. Dieser ist perfekt an die Extrembedingungen angepasst. Ein mares Weiß, der Werk der Natur. Ist aber ein Pinguin-Fan hier, der Tracer. KI und Bewusstsein haben wir schon. Nanotechnologie und niedrige Temperaturen. Das hatten wir auch schon. Bei der Kontrolle und Aufrechterhaltung der Körperfunktionen von Patienten im Kältekoma konnten in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte erzielt werden. Auch die Mortalitätsrate hat sich auf akzeptable Werte eingependelt. Man darf jedoch nicht vergessen, dass Personen unmittelbar nach dem Kältekoma oft schwach und orientierungslos sind. Okay, also die werden nicht unbedingt beschädigt, die Sachen, aber die fliegen in der Gegend rum. Obwohl, es hat nur ein Einsatz überlebt von den dreien. Okay, also es zerstört tatsächlich Dinge, wenn man das Ding einfach sprengt, statt aufzubrechen. Aber irgendeine Bestrafung muss man ja kriegen, wenn man den harten Weg geht. Okay, da hätte ich auch reingekonnt. Es kommt wieder irgend so ein Ding, keine Ahnung, wo ich hier bin. Gate Control. Da habe ich auf jeden Fall einen Code für. Eins da. Ja, da war ein Geräusch, hast recht gehabt. Head Kid. Mit ihren Spinnenbomben immer, ich finde die gar nicht so geil, die Spinnenbomben. So, was haben wir hier? Treppengeschützt, können wir auf jeden Fall mal ausschalten. Können zwar kontrollieren, um es zu benutzen, nämlich hier Leute umzulegen, aber das muss ja auch nicht sein. Das können wir immer noch schön ganz leise selber erledigen. Türcodes, regelmäßige Änderung der Sicherheitscodes, neu Türcodes im Anhang. Sehr schön, aber dann machen wir hier mal das Episodenende, bevor wir hier durch den Schacht weiter vorankriechen. Und dann geht es beim nächsten Mal immer hier weiter bis dahin. Tschau. Bis zum nächsten Mal.